Musik Es ist Mittwoch und damit Zeit für Ihre DJZ-News und los geht's. ASP-Ausbrüche in Hausschweinbeständen. In zwei weiteren Hausschweinbeständen im südlichen Kreisgebiet von Groß-Gerau ist das afrikanische Schweinepest-Virus bestätigt worden. Dem Landwirtschaftsministerium zufolge hielten die Betriebe 17 bzw. 170 Schweine. Beide Schweinebestände wurden bereits aus Gründen der Seuchenbekämpfung getötet. Die wiederholten Ausbrüche in Hausschweinbeständen seien regional stark konzentriert und würden die enorm hohe Viruslast in dem Gebiet rund um die Knoblauchsaue und den Kühlkopf verdeutlichen. Und weiter, bis heute seien bereits rund 17.000 Hektar durch Kadaversuchhunde und mit Drohnen abgesucht worden. Bislang wurden dabei im Kerngebiet, dem Kreis Groß-Gerau, 43 positiv getestete Kadaver gefunden. Im Kampf gegen die Seuche wird auch mit taktischen Elektrozäunen gearbeitet. Diese sollen wenig oder gar nicht von ASP-betroffene Gebiete schützen. Geplant ist, zeitnah eine weitere feste Umzäunung zu ziehen. Die aktuellen Zahlen aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz, aus den Landkreisen Altsai-Worms und Mainz-Bing werden jeweils fünf ASP-positive Schwarzkittel gemeldet. Über die sozialen Medien werden wir sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Jubiläum auf dem Seziertisch. Erst kürzlich lag der tausendste Wolf auf dem Seziertisch im Leibniz-Institut für Wildtierforschung. Die Fähe sei aufgrund eines Verkehrsunfalls verendet. Bereits seit 2006 werden nahezu alle in Deutschland tot aufgefundenen Wölfe dort untersucht. Seien es anfangs nur wenige gewesen, ist es inzwischen eine dreistellige Zahl an Wölfen, die im Jahr auf dem Seziertisch der Wildtierpathologie lägen. Mittlerweile seien es so viele, dass nur noch jeder zweite Wolf, der im Straßenverkehr zu Tode gekommen sei, untersucht werden könne. Und weiter Verkehrsunfälle seien die mit Abstand häufigste unnatürliche Todesursache für Wölfe in Deutschland. Bei etwa jedem zehnten eingelieferten Todfund sei die Todesursache illegaler Abschuss. Weitaus seltener seien natürliche Ursachen für den Tod der Wölfe. Wie zum Beispiel bei einem guten Drittel der Fälle Kämpfe mit anderen Wölfen, Magen-Darm-Rupturen, körperliche Auszehrungen, oft in Verbindung mit Räudemilben-Infektion, aber auch Infektion mit Staube und anderen Viren. Erreger wie die ojetzkische Krankheit und Tollwut seien hingegen bisher nicht nachgewiesen worden. Sumpfbiber als Problem für das Deichhinterland. Fraßschäden an Böschungen und erhöhte Deichanlagen und Uferbereiche. Der südamerikanische Sumpfbiber ist in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch. Gemeinsam mit dem Landesverband der Wasser- und Bodenverbände und dem LJV ruft der Marschenverband Schleswig-Holstein zur intensiven Bejagung der invasiven Art auf. Über die Elbe würden die Sumpfbiber in das Binnenland wandern und sich derzeit in Richtung Norden ausbreiten. Die aktuelle Bejagungsintensität sei laut LJV präventiv auszubauen, da sich Nutria-Problematiken in Zukunft verschärfen würden. Zwei Biber, sechs Verletzte. Zu einem Wildunfall mit einem Biber kam es kürzlich auf der A98 in Höhe der Abfahrt nach Laufenburg, Baden-Württemberg. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, sei ein Auto durch die Kollision ins Schleudern geraten. Der 24-jährige Fahrer sowie seine vier Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Biber wurde durch den Zusammenstoß getötet. Zweiter Fall. Wie die Feuerwehr München berichtet, ist kürzlich eine 24-jährige Frau beim Baden von einem Biber attackiert worden. Den Schilderungen zufolge wollte sie sich in der Würm abkühlen, als plötzlich ein Nager neben ihr auftauchte. Noch im Wasser spürte sie einen Schmerz im linken Oberschenkel. Passanten halfen der blutenden Frau aus dem Wasser. Mit einer Bisswunde sowie einer etwa 10 cm langen Risswunde am Bein wurde sie zur Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Ungefährlich, aber gewiss nicht weniger spannend wird die August-DJZ, die am Dienstag rauskommt. Darin hat sich unter anderem unser Jurist Dr. Heiko Kranzin die geplante Waffenrechtsverschärfung vorgenommen. Seine Kommentare sind bekanntlicher schärfer als jede Klinge. Zudem berichten wir ausführlich über den ASP-Ausbruch in Südhessen, stellen einen Sechs-Punkte-Plan gegen Wildschäden im Mais vor und fragen, im August auf Kitze jagen? Fraglos geht es dagegen aktuell auf Böcke. Die Blattzeit verspricht wie immer spannendes Weidwerk. Nutzen Sie die Zeit. Vielleicht springt dieses Jahr der alte oder heimliche Bock auf Ihr leidenschaftliches Pia. Wenn ja, Foto machen, Kurztext schreiben und an die DOZ schicken. Weidmannsheil. 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 Weidmannsheil.